Hallo und herzlich willkommen! Heute gibt es ein 20-minütiges Rückentraining gegen Schmerzen für euch. Wir wollen die folgenden Übungen bewusst langsam ausführen, um so auf eine exakte Übungsausführung zu achten. Arbeite in keinem Fall in den Schmerz hinein und höre unbedingt auf Signale deines Körpers. Schnapp dir deine Matte, los geht's! So, wir beginnen mit der ersten Übung. Ihr begebt euch bitte in Rückenlage. Diese Übung nennt sich der Schieber. Die Beine streckt ihr bitte lang aus und nun bewegt ihr die Füße gegensätzlich vor und zurück. Also die Fußspitzen ruhig so ein bisschen anziehen und dann schiebt ihr die Fersen im Wechsel rechts und links vor. Macht das wirklich ganz langsam, ganz bewusst und so könnt ihr einfach den gesamten Bereich auch gerade im unteren Rücken schön mobilisieren. Tastet euch da langsam ran. In keinem Fall, wie schon zu Beginn gesagt, arbeitet in den Schmerz hinein. Also immer vorsichtig sein. Auch am Anfang, wenn es erst kleine Bewegungen sind, ist das überhaupt gar nicht schlimm. Dann dranbleiben und immer im Wechsel schieben und Position langsam auflösen. So, für die nächste Übung stellt ihr eure Beine bitte an und ihr könnt euch jetzt vorstellen, ihr würdet auf dem Stuhl sitzen und überschlagt jetzt einfach das rechte Bein mal über dem linken und lasst es dann zur linken Seite vorfallen. Genauso wie ihr jetzt bei Jessica seht, sollte es aussehen. Das ist manchmal so ein bisschen verwirrend, aber guckt euch das sonst nochmal an und dann schafft ihr das auch. Ihr atmet jetzt ganz entspannt weiter. Wir wollen die Wirbelsäule so ein bisschen mobilisieren. Ihr habt eine kleine Dehnung da drin, ein bisschen im Gesäß dürft ihr es spüren. Versucht mit dem Oberkörper so gut es geht an der Matte zu bleiben. Man hebt da manchmal so ein bisschen ab. Das ist nicht schlimm. Ihr werdet da besser werden, aber versucht den eher zur Matte zu bringen. Die Augen könnt ihr schließen oder auch offen halten, so was euch angenehm erscheint und ihr atmet entspannt durch die Nase ein und den Mund wieder aus. So, ihr löst die Position langsam auf. Bewusst auch langsam machen und wir wechseln die Seiten. Genau, entweder dreht ihr euch rum oder ihr wechselt einfach das Bein. Auch hier jetzt wieder Bein überschlagen und nach vorne fallen lassen. Oberkörper so gut es geht zum Boden bringen. Und einfach mal in diese Dehnung wirklich reinatmen. Wenn ihr jetzt hier Schmerzen haben solltet, dann zwingt euch nicht in die Position. Das wollen wir nicht. Dann seid ihr noch nicht so weit. Auch hier ist es jetzt wichtig, dass ihr die Position wieder langsam auflöst. Also langsam wieder in die Ausgangsposition zurückfindet. So, weiter geht's mit der Brücke. Dafür bleibt ihr in Rückenlage und stellt die Füße bitte wieder an. Ihr schiebt jetzt den Po einmal nach oben Richtung Decke. Die Arme stützen euch, Schultern stützen euch. Bleibt kurz da oben, stabilisiert euch und senkt nun langsam wieder ab. Schön abrollen, genau und wieder nach oben. Halten und langsam abrollen, dass ihr schön mit dem Lendenwirbelbereich am Boden seid. Und dann könnt ihr euch vorsichtig wieder aufrollen. Und wieder absenken. Kurz unten entspannen und wieder langsam hochschieben. Nochmal hoch. Oben kurz halten und wieder senken. Dabei weiter atmen, das ist ganz wichtig. Und ihr findet wieder eine angenehme Position. So, für die nächste Übung stellt ihr eure Beine bitte wieder an und umgreift dann mit den Händen eure Schienbeine. Und wir wollen den unteren Rücken ein bisschen massieren. Das heißt, ihr könnt von rechts nach links beispielsweise ein bisschen wippen. Oder ihr macht kleine Kreise, also kreisende Bewegungen. Vielleicht erstmal in die eine. Und dann auch in die andere Richtung. Also hier ist im Prinzip all das erlaubt, was euch gerade gut tut. Ihr könnt hier auch gerne wieder die Augen schließen. Und das Ganze so ein bisschen mit der Atmung kombinieren. Einfach den unteren Rücken ein bisschen massieren. Ein bisschen entlasten. So, beginnt nun damit, die Position langsam wieder aufzulösen. Füße könnt ihr gerne ablegen. So, es geht im Vierfüßlerstand weiter. Also einmal aus der Rückenlage in den Vierfüßlerstand kommen. Bei Jessi geht das jetzt relativ schnell. Also wenn ihr Schmerzen habt, dann macht das ruhig einfach langsamer. Lasst euch da Zeit in diese Position zu kommen. So, einmal den rechten Arm und das linke Bein ausstrecken. Und unter dem Körper diagonal zusammenführen. Und wieder strecken. Hier das auch wirklich schön langsam machen. Genau, ganz lang machen. Handspitze, Fingerspitze meine ich und Fußspitze strecken. Und unterm Körper ganz eng zusammenführen. Das ist gut für die komplette Rumpfmuskulatur. Und ihr kriegt da auch einfach noch ein bisschen Beweglichkeit in die Wirbelsäule, wenn ihr euch da diagonal verschränkt, sozusagen unter eurem Körper. Genau, und ihr tut auch noch was für die Muskulatur im Rücken. Noch 10 Sekündchen. Die letzten vier, drei, zwei, eins. Wir wechseln die Seite. Rechtes Bein und linker Arm sind dran. Auch hier schön lang machen, schön strecken. Das kann manchmal auch ein bisschen wackelig sein. Das ist gar nicht schlimm. Da müsst ihr einfach dranbleiben und das üben. Und dann wird es euch von Mal zu Mal leichter fallen. Lang strecken. Atmen nicht vergessen. Klein werden. Und lang strecken. Klein werden. Und lang strecken. Ihr könnt das auch ruhig so ein bisschen in eurem Tempo machen. Vielleicht machen das die einen oder anderen lieber ein bisschen schneller oder die anderen ein bisschen langsamer. Könnt ihr ganz einfach selbst bestimmen. Auch hier gleich geschafft. Letzten zwei Wiederholungen. Noch einmal. Und wieder in die neutrale Position finden. So, wir kommen nochmal in den Vierfüßlerstand oder ihr seid auch noch im Vierfüßlerstand. Wir machen mit der Katze-Kuh-Position weiter. Und wir beginnen in der Kuh-Position, also in ein leichtes Hohlkreuz. Schultern weg von den Ohren. Da atmet ihr im besten Fall ein. Und wenn ihr in die Katzen-Position geht, atmet ihr aus und rundet euren Rücken. Das auch mal wirklich langsam machen geführt. Ja, dass ihr da nicht irgendwie in den Schmerz reinkommt, sondern ganz entspannt und locker einfach diese beiden Positionen. Katze, also Katzenbuckel. Und einmal in die Kuh-Position kommt. Genau. Rund machen. Und Kuh-Position einatmen. Und Katzen-Position ausatmen. Und ein letzter Wechsel. Nochmal einatmen. Und noch ein letztes Mal. Und neutrale Position. So, weiter geht's mit der Seiteneige. Das ist eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne und vor allem auch angenehme Übung. Ihr seid im Vierfüßlerstand und die Beine gehen jetzt einmal zur rechten Seite raus und der Blick folgt. Ihr wollt also eure Fußspitzen sozusagen angucken und wieder in den Vierfüßlerstand, also in die neutrale Position. Und wieder zur Seite schieben und wieder zurück. Macht das langsam, aber auch dynamisch, also immer wieder neutraler Vierfüßler und über die Seite zu den Fußspitzen gucken. Macht auch hier die ersten paar Male schön vorsichtig, wenn ihr merkt, oh ja, das klappt gut. Dann könnt ihr euch wirklich mal da so ein bisschen rüber neigen. Weiter atmen. Auch hier im Bauch, im Rum stabil bleiben, nicht irgendwie ins Hohlkreuz fallen. Das ist ganz wichtig. Ein letztes Mal. Und dann wechseln wir mal die Seite. Das Ganze auch mit der Seite, also die Füße jetzt nach links rausschieben und gucken, ob sie noch da sind. Die sind natürlich noch da. Genau. Und wieder neutral. Und seiteneige neutral. Die Übung soll euch in erster Linie gut tun und ein bisschen die Mobilität fördern im Rücken. Wir machen das Ganze noch zweimal. Jetzt. Und jetzt ein letztes Mal. Sehr schön. So, ihr schiebt euch jetzt einmal zurück in die Child's Pose. Das heißt, den Popo auf den Fersen ablegen. Und die Arme erstmal locker rechts und links neben dem Körper ruhen lassen. Und ein bisschen entspannen. Schön atmen. Wer das lieber hat, der kann die Arme auch gerade nach vorne ausstrecken, also über den Kopf weg. Das ist wirklich euch überlassen. Die einen empfinden das als angenehmer. Die anderen sagen, nein, lieber neben dem Körper die Hände. Also das entscheidet ihr. Auch hier nochmal tiefe Atemzüge nehmen. Position langsam auflösen. So, ihr kommt bitte nochmal in den Vierfüßlerstand. Wir wollen jetzt hier auch die Wirbelsäule ein bisschen mobilisieren. Mit dem rechten Arm schiebt ihr jetzt einmal unter dem Körper durch. Genau, einmal durchschieben und wieder hochkommen und zur anderen Seite öffnen. Genau, das ist allein schon die Übung. Und das macht ihr jetzt im Wechsel durchschieben und öffnen. Auch hier im besten Fall nicht die Luft anhalten, sondern weiter atmen. Öffnen. Schön durchschieben und zur anderen Seite öffnen. Der Blick, die Jessica macht das genau richtig, folgt immer der Hand im Prinzip. Da, wo die Hand ist, geht auch der Blick hin. So, einmal noch öffnen. Wir wechseln die Seite. Achtet hier darauf, dass ihr dann im Knie Unterschenkel sowie 90-Grad-Winkel habt. Also ruhig den Popo noch so ein bisschen vorschieben. Genau, und dann durchgucken. Und hoch. Ihr müsst das gar nicht schnell machen. Ihr könnt euch da auch Zeit für lassen. Manchmal knackt es dann an die ganze Wirbelsäule entlang so ein bisschen. Das ist eigentlich nicht weiter schlimm. Es sei denn, ihr habt irgendwelche Erkrankungen an der Wirbelsäule. Da würde ich das vorher nochmal abklären lassen. Aber sonst einfach schön unter dem Körper durchführen. Blick folgt der Hand. Und an der anderen Seite wieder öffnen. Gleich geschafft. Ein letztes Mal noch durch. Einmal noch öffnen. Und die neutrale Position. So, für die nächste Übung kommt ihr bitte in Bauchlage. Diese Übung nennt sich Kobra. Die haben uns aus dem Yoga geklaut. Die Hände stellt ihr unter den Schultern ab. Jetzt seid ihr bitte ganz besonders vorsichtig. Ihr schiebt euch nur aus der Kraft der Arme so ein bisschen hoch. Genau. Und langsam wieder absenken. Ja, der eine kommt ein bisschen weiter. Der andere kommt vielleicht nicht so weit. Hebt vielleicht auch nur ein paar Zentimeter ab. Bei der Jessica funktioniert das jetzt gut. Sie kommt relativ weit hoch. Ihr zu Hause auf gar keinen Fall irgendwie den Schmerz reinarbeiten und euch da hochdrücken, sondern wirklich vorsichtig sein. Aus der Kraft der Arme anheben. Popomuskulatur ist entspannt. Und der Blick ist zur Matte gerichtet, weil dann ist die Halswirbelsäule auch schön neutral. Also langsam hochdrücken. Und wieder vorsichtig absenken. Nochmal hoch und tief. Ein weiteres Mal hoch und geschafft. Euer Rücken wird sich bei euch bedanken. So, von der Bauchlage kommt jetzt mal in den Halbkniestand. Wir wollen den Hüftbeuger dehnen und zwar die rechte Seite. Dazu stellt ihr also das linke Bein auf. Achtet hier darauf, dass ihr einen 90-Grad-Winkel im Knie habt. Genau. Was ihr nicht machen solltet, wäre, dass ihr in ein Hohlkreuz kippt. Das wäre also die falsche Position. Genau. Ihr sollt euer Becken schön gerade aufrichten. Die Zeit läuft. Wir wollen das eine Minute halten. Und ihr schiebt euch also aktiv nach vorne sozusagen. Achtet aber natürlich trotzdem auf diesen 90-Grad-Winkel und dass ihr kein Hohlkreuz habt. Und ihr dürft das jetzt spüren in der rechten Seite, Oberschenkelvorderseite, in der Leiste, sprich einfach im Hüftbeuger. Genau da ist es zu spüren. Ihr könnt die Intensität tatsächlich selber so ein bisschen steuern, wenn ihr euch einfach natürlich mehr da so ein bisschen reinhängen lässt, sage ich jetzt mal. Oder halt das wieder so ein bisschen rausnehmt. Und schön weiter atmen. Das sage ich ganz oft. Aber warum sage ich das? Weil es einfach total wichtig ist. Noch ein bisschen halten. So, ihr löst die Position jetzt langsam auf. Wir wechseln die Seite. Jetzt geht das rechte Bein nach vorne. Auch hier 90-Grad-Winkel. Und die gleichen Sachen, die wir eben besprochen haben. Kein Hohlkreuzbecken schön aufrichten. Genau. Wie so Becken kippen sozusagen. Und im Oberkörper seid ihr schön gerade und aufrecht. Und spürt jetzt die Dehnung in der linken Oberschenkelvorderseite. Schön weiter atmen. Ganz entspannt. Die letzten Sekündchen laufen. Ihr bleibt dran. Haltet noch durch. So gut es geht natürlich. Und löst die Position jetzt langsam auf. So, ihr kommt bitte genau nochmal in die Hüftbeugerposition. Beziehungsweise in die Hüftbeuger-Dehnposition. Und wir machen jetzt eine kleine Variante. Ihr verschränkt jetzt mal die Hände vor dem Oberkörper. Und wir rotieren jetzt im Oberkörper. Also einmal aufdrehen nach vorne. Und dann einmal zur anderen Seite. Genau. Aber auch wirklich langsam geführt. Nicht so ruckartig. Versucht hier mal, dass die Hüfte trotzdem nach geradeaus ausgerichtet bleibt. Also nur den Oberkörper drehen. Dann geht das auch manchmal nicht so weit. Das ist gar nicht schlimm. Also Mitte, rechte Seite, Mitte, linke Seite. Das ist eine Kombi-Übung. Wir machen eine Rotation im Oberkörper. Und dehnen gleichzeitig noch den Hüftbeuger. Also rotieren. Mitte zur anderen Seite. Rotieren. Hier ganz wichtig. Schön entspannt weiteratmen. Und ruhig bewusst auch langsam machen diese Übung. Wir haben Zeit. Wir haben keinen Stress. Ganz locker. Ganz entspannt. Wir wechseln die Seite. Das andere Bein nochmal. Auch hier verschränken. Hier könnt ihr mal drauf achten, dass jetzt der Arm, der eben oben war, jetzt mal nach unten verschränkt wird. Und auch hier rotieren. Nur im Oberkörper. Hüfte, Becken, alles bleibt fest. Das Bein ist auch nach geradeaus gerichtet. Nicht abknicken. Und schön langsam diese Rotation machen. Mitte, Seite. Das kann manchmal ein bisschen wackelig werden. Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Seht ihr mal, ne? Habt ihr gleichzeitig noch ein gutes Gleichgewichtstraining dabei? Wahnsinn, was diese Übung alles in sich vereint. Toll. So, noch ein paar Sekündchen. Weiter atmen. Noch einmal drehen. Zur anderen Seite. Und langsam lösen. So, für die nächste Übung kommt ihr bitte in den Stand. Wir zeigen euch das Ganze jetzt von der Seite. Ungefähr Hüfte breiter Stand. Fußspitzen sind nach vorne ausgerichtet. Und die Hände könnt ihr mal hinten an das Gesäß, oberer Teil des Gesäßes nehmen. Und wir wollen jetzt, das ist nur eine ganz, ganz kleine Bewegung, uns ein bisschen zurückneigen. Im unteren Rücken, genau. Blick könnt ihr euch eigentlich an der Wand einen Punkt suchen, den ihr einfach mit den Augen fixiert, damit ihr in der Halswirbelsäule nicht krumm werdet. Und schiebt euch so ein bisschen zurück. Genau. Hierbei weiter atmen. Also im unteren Rücken. Seid ihr so ein bisschen gewölbt jetzt. Kommt einmal langsam aus der Position raus. Kurz mal neutrale Position. Und dann wollen wir uns nochmal in die Position reinschieben. Also nochmal die Position einnehmen. Und einfach so ein bisschen vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig zurücklehnen. Ihr werdet merken, je öfter ihr die Übung macht, desto weiter kommt ihr auch. Noch drei Sekündchen halten. Zwei. Eins. Langsam auflösen. So, die letzte Übung findet auch im Stand statt. Wir wollen Becken kippen. Die Hände gehen bitte an die Becken schaufeln. Und ihr kippt das Becken einmal vorkippen und einmal schön aufrichten. Das macht ihr im Wechsel. Ihr macht das auch sehr, sehr vorsichtig. Das ist wichtig. Ja, also wenn da irgendein Schmerz ausgelöst wird, dann auf gar keinen Fall bitte in den Schmerz reinarbeiten, sondern das Becken nur so weit kippen, dass es für euch noch angenehm ist. Also aufrichten, kippen. Aufrichten, kippen. Dabei seid ihr im Oberkörper gerade. Die Schultern sind locker, nicht verspannender irgendwie. Weiter atmen. Und das Ganze schön mobilisieren, diesen ganzen Bereich im unteren Rücken. Noch einmal kippen. Und nochmal schön aufrichten. Und neutrale Position. Das war unser 20-Minuten-Workout gegen Rückenschmerzen. Wenn dir das Video gefallen hat und vor allem auch geholfen hat, freuen wir uns riesig über einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, schreib uns die gerne in die Kommentare. Für mehr Infos zum Thema Gesundheit, schau mal auf unserer Website und da speziell auch im Blog nach. Wir verabschieden uns und freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.